Perfekt Nein! Oh! Nein! Du kleiner Lockersohn! Hey Jimmy, es ist der Peder mit einer neuen Folge Minecraft Badwoss. Heute mal 1 vs 1 gegen Dr. Banks! Hallöchen! Und heute spielen wir nämlich Badwoss 1 vs 1. Kennst du dich aus auf dem Server? Ja, so ein bisschen. Ah, das ist ein kleiner Vorteil, du. Das ist ein kleiner Vorteil, aber du bist natürlich ein besserer PvP-Spieler als ich. Dann mache ich keinen Hale raus. Dann mache ich keinen Hale raus, ist ganz klar. Das habe ich mitbekommen. Ja, das sagst du auch nur so. Was machen wir? Da sagst du dann. So. Hier gibt es auch irgendwie so Special Items. Na! Okay, ich bin erstmal runtergefahren. Ja, was ist los? Kann man so stehen lassen. Was war... Na genau, es gibt so Special Items. Hinter mir ist auch irgendwie so eine Plattform. Aber ich weiß ja nicht, wo das Bett ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinter dir ist auch eine Plattform. Und auf der Plattform, da kannst du dich zu mir teleportieren. Auf meiner Plattform, die auch hinter meiner Bett sind. Ach du Schande. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Map habe ich noch nie so gespielt. Das ist schon auch schon länger her, dass ich auf dem Bergberglabs unterwegs bin. Das ist bestimmt nah. Das Bett ist bestimmt obendrauf. Den Server könnt ihr mal aufchecken, ja. Ja, check den Server mal aus. Dafür krieg ich 10.000 Euro pro Jahr. Drei Ferraris. Drei Ferraris. Ein Ferrari in der Garage. Der frisst ganz schön Benzin, Leute. Der bezahlt sich nicht von allein. Genau so sieht es aus. Der Berghi hat mich angesprochen. Wenn du... Also möchtest du vielleicht nicht, mach ich so. Ja klar. Aber ne? Ein bisschen was musst du schon. Ja, da haben wir ein Deal gemacht. Ein Spezies. So läuft das halt, Alter. Leute, nicht zu ernst nehmen hier. Willst du doch... So, was machst du Schönes? Ich, ähm... Ich mach hier so einiges grad. Ähm... Okay. Ich seh dich. Der Boy ist am Swag'n, Allah. Oh, ich kann gar nicht klar mit der Steuerung. Also die Steuerung ist cool, aber ich komm nicht mit klar. Meinst du, man kann mit dem kaufen oder was? Ja, also wenn man es nicht gewöhnt ist, dann ist er echt ein bisschen kritisch. So, jetzt klicken, klicken, click burn, click burn. Let's go. Können wir hier mal einen schönen Weg bauen. Irgendwie so cool. Das hat die Farbe des Teams, ne? Die Blöcke. Das ist echt geil. Das ist echt grün. Ja, du stinker. Ja, der kleine Abwacker-Boy. Der steht hier. Nicht mit mir. Kommt. Ja, nice Banks. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Aber hier muss man sich die Pfeile auch für Gold kaufen. Genau. Richtig. Ah, I got it. Alright. Alrighty, Kass, Junge. Schauen wir mal. Ich würde sagen. Mh. Hier nochmal ein bisschen. Oh, da kommt der angesprintet, der Boy. Mit der geilen Skin. Ich mag das nicht so, wenn Server, dass wenn man eine fremden Skin bekommt. Hashtag No Hate. Hashtag nur ein bisschen Kritik. Redel. Kuckuck. 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 Weg mit deinem Bogen. Du hast aber eh nicht viele Pfeile. Ich treffe halt auch einen Null. Breakdowns. Breakdowns. Ich treffe halt wirklich einen Null. Ah. Ja. Ach, bin ich dumm. Ach, bin ich dumm. Ja, war echt dumm gewesen. Ich weiß aber gar nicht, wo das Bett ist. Ich glaube, ich weiß, wo. Wie du da? Hallo, da bin ich. Nein. Mann, komm her, du. Hau auf, Alter. Ich bin der Upfucker Boy 9000. Hau auf, Alter. Ich bin kein Ärger. Ich glaube, er hat nicht den Bogen verliert, ey. Das ist mein Tod. Nix da mit Gold sammeln, mein Lieber. Ah, das ist nicht dein Gold. Das ist mein Gold. Du kleiner Boy, Alter. Ich weiß aber jetzt, glaube ich, wo das Bett ist. Okay. Hab ich ausgekundschaftet. Ey, dein Skin ist aber eigentlich voll cool. Hallo, Banks. Hast du einen Bogen? Nein. Ich glaube, hier komme ich nämlich zum Bett. Guckuck. Zack. Aber man kommt hier locker nicht oben rein. Na, das dachte ich mir schon. Kann man nicht? Nein. Nein, das ist perfekt. Nein! Oh! Nein! Du kleiner Lackersohn! Das ist so unfassbar! Das ist doch over 9000, Digga. Ah, fuck. Okay, da hast du noch mal gehört, hast du noch mal gerettet. Ich dachte schon, jetzt scheiße, jetzt aus. Aber jetzt weiß ich auch, wo das Bett ist. Ja, den Baum halt irgendwie, ne? Glaube ich. Ja, Baum des Lebens. Ja, Baum des Lebens. Minecraft-Leben? Ja, oder? Minecraft-Baum des Lebens? Was denn los, Alter? Star los. So, das. Okay, 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 okay. Ähm. Ich finde es immer so irritiert, dass man nicht hotkeyen kann bei den, bei dem Village. Na, das ist ein Buch. So. Blader 48. Warum findest du das? Dann bestimmt er hat geschlagen. Warum findest du das? Warum findest du das doof? Wie bitte? Ja, warum findest du das doof, dass man es nicht kann? Wenn man ist das halt gewöhnt, ne? Weil ich es gewohnt bin, es zu machen. Und hier geht's nicht. Ja, du kleiner Boy. Nein, jetzt hat er mich gesehen. Du hast da eh einen Stick, Alter. Ich kenne dich doch. Was geht ab bei dir, Alter? Haha. Was geht ab bei dir, ne? Er hat echt einen Bogen, Alter. Der stinkgeheim. Ich eh wieder runter, wenn ich sie jetzt komme. Oh, Mann, Alter. Jetzt wird's nochmal krass. Ja, hab ich mir dabei geflasht wie ein Ninja. Ich komm hier nicht runter. Ich komm hier nicht runter. Ja. Ich geh jetzt zu meinem Bachelor-Wieners, Alter. Musst du da Blöcke platzieren? Ja. Oh, shit. Peter. Alter, das wird krass. Wie die Pfeile? Ja. Fuck you. Hat's bei dir geklingelt? Nee. Hast du bei dir geklingelt? Nee. Hast du bei dir geklingelt? Nein. Nein. Das juckt mich gar nicht. Oder halt mein Bett. Mir egal. Ja, egal. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's echt eng. Jetzt hängen wir hier beide. Das krasse ist Banks. Alter, wirst du auf mich zugekommen? Ich hätte nichts machen können. Ich hatte nämlich kein Essen mehr. Ich konnte nicht mehr sprinten. Ah, okay, kann ich nicht wissen. Deswegen bin ich rückwärts gegangen. Die ganze Zeit. Scheiße, Alter. Könnte ich nicht wissen. Nee, das stimmt. Was macht der Puffy? Den kauf ich mir einfach mal. Ich weiß nicht, was der macht. Okay, dann jetzt noch einen. Scheiße, ich hätte eine Rettungsplattform kaufen sollen. Nein, ist nicht schlecht. Äh. Ah, kein Plan. Hier, komm. Eisen. Äh. Was brauch ich denn noch? So. Dadadara, dadada, dadadara, dadadada. Um du zu wissen. Ich nehme bitte auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall jetzt auch einen Bogen, der, einen swagie Bogen aus dem Start. Ja, 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 ja. habe ich das schon gesehen, Boll? Ist gelogen, aber es gesagt. Ja,IOBTIFI guardétait. Auf jeden Fall. Jekein, so ein je heimer Trick, meinst du? mal krass mein krokodien das wird jetzt richtig leben okay du müssen dann klar ich weiß noch nicht weiter jetzt hier verpiste ich da vom gold jungen hat ob kommen wir wissen jetzt genau was ich machen würde aber hier ja hier ist es halt okay ich glaube ich werde jetzt eine bazooka so als special item wo ich so der netflix setzen kann und das wird cool gerade so leufert kann man dann schließen das hat so aus hätte mich getroffen aber es war doch nicht so mein jungen wo bist du denn jetzt alter was kriegt man ins maragde noch bekehrt ja mann du keiner benson heimatiger hat er ist jetzt untergeflogen weiß nicht wie viel teuer hier der start ist das irritiert mich gerade ein bisschen aber ist auch den druck diesen unendlichen druck ne ich würde nicht gerade ja ja obwohl doch so da das sieht verdammt richtig aus aber nee das ist alles kies ich habe mein schiefnet bekommen wofür weiß nicht für irgendwas kann ich besser nicht nur das kauft ach nee man alter wie lange das jetzt dauert hier das ist voll scheiße beladige mich nicht ja ich gebe mein bestes nein nein das meine ich nicht aber das kann ja bei einem plan peter du wirst überrascht sein wirst du wirst dich wünschen du hättest niemals bedwurst gestartet also bitte das nein oder nein du wichser ja ich bin tot stirb jetzt man das geile ist du hättest mal gucken sollten trank der schnelligkeit hat nur sieben silber gekostet echt wie op ist das denn das war richtig op ne dann habe ich mir den gekauft dann bin ich schnell rüber gelaufen ich wollte mich zu dem portal bauen ich wollte das mal ausprobieren ja da habe ich dran angehendert war eine coole nice runde aber ich finde das manchmal so richtig dop wenn du nämlich wenn du bei dem anderen bett bist und dann läuft nämlich direkt zum anderen ja das ist manchmal so dann dauert das halt ewig leute ich hoffe die runde hatte ich trotzdem gefallen bengst wird das peter das können wir gerne noch mal wiederholen ja wenn den like wenn es euch gefallen hat lassen like da schon ich über banks in der video beschreibung und ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein tschau